Genau, auch mit der AVA der gesetzlichen Unfallversicherung, speziell auch im Hinblick auf Arbeitsunfälle und Berufsbarkeiten. Es ist ja mehr als halb Österreich bei der AVA Versichern und darunter natürlich auch der Domini. Und genau mehr dazu möchte ich Ihnen später noch erzählen. Und für die ersten Tricks von Dominik möchte ich einmal einen recht herzlichen Applaus schon hören. Dominika aus Linz. Ja, brauchen wir drei Freiwillige. Genau, auch für unsere drei Jungzieher machen wir einen Hinblick auf die AVA. AVA, Schüler sind natürlich kostenlos mitversichert. Und genau, noch ein bisschen was zur Statistik. Auch mit dem Thema Fahrrad. Jährlich werden über 100.000 Arbeitsunfälle registriert. Und da wollen wir natürlich auch mit dem heutigen Tag schauen, dass wir das alles ein bisschen zurückdrehen mit dem Thema Sicherheit. Dominik erklärt hier noch die Details für unsere mutigen Jungs. Und dann schauen wir gleich mal, was er hier vorhat mit seinem Mountainbike. Nach was kurz zum Podcast www.dominikraab.com gibt es auch sehr viele spektakuläre Videos. Und meine Damen und Herren, ich würde sagen, unsere drei Freiwilligen sind schon mal einen kräftigen Applaus wert. Und Dominik legt los. Und es geht natürlich nur mit ihrer Unterstützung, meine Damen und Herren. Hände aus den Hosentaschen für Dominik Raab. Mit einer Eleganz. Und seid auch seitlich über den letzten Freiwilligen. Wow. Ja, das war knapp. Und ui. Ja, aber ich sehe schon, unser, der Markus, glaube ich war es, ein ganz mutiger. Nochmal Applaus für Dominik und Markus. Und links, rechts, seitlich, vorwärts, rückwärts. Sie sehen schon, scheinbar nichts ist so möglich mit dem Rad. Und eine 180-Rat-Drehung. Applaus für Dominik. Ich sage nochmal einen kräftigen Applaus für Dominik. Und die ersten Stunts auf den Boxen. Vorderrad, Hinterrad. Eine Drehung um 360 Grad auf dem Hinterrad. Einen Applaus für Dominik Raab. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, nochmal zum Thema Sicherheit. Wir möchten Ihnen zeigen, dass auch solche Sachen, Spaß und Action miteinander, sicher verbunden werden können. Hier ein sehr schmales Rail. Alles nicht ganz ungefährlich, aber ich denke, mit Ihrem Applaus schafft es der Dominik. Und Dominik. Und über das Rail. Einen Applaus für Dominik Raab. Dankeschön. So. Es geht weiter zu mir. So. Danke.